Das ist der GAU-Verband-Phone. Hallo? Oh, Rudy, Servus, wie geht's dir? Ja, hier mit der Corona-Virus ist ja auch so ungefähr dasselbe. Nicht gerade so gut, aber was brauchst du? Ah, ja, sowas hätten wir hier in Kanada, ich glaube, wir haben so viel, wir haben es im ganzen Haus versteckt. Ja, ja, ich habe eine Rolle in der Hand. Brauchst du es? Ja, und wie soll es bekommen? Ah, ich weiß, mit dem GAU-Verband Pony Express. GAU-Verband Pony Express 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 Musik Grüß euch, habt ihr schon mal dran gedacht, wo überhaupt der Klopapier herkommt? Da kommt es her, aus der Erde, da kauft man Samen, tut man es ein in die Erde, ein bisschen Wasser gießen und in null kommt man nix, da hat man Toilettenpapier. Ist das nicht eine schöne Sache, gell? Meint's? Ja, sowas, sowas muss man haben. Hoppla, hops, geh her, schick's weiter. Musik 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 Dein Paket ist gerade angekommen. Jetzt kann ich endlich mein Bier draufstellen. Ich muss dir was sagen. Das schönste Bierdeckel auf der Welt, das ist das Klopapier. Es saugt die Feuchtigkeit ganz auf und unterstützt mein Bier. Herzlichen Dank. Und jetzt glaube ich, dass wir mit unserem Klopapier-Challenge fertig sind. Wir haben es bestanden. Liebe Allgäuer Trachtler, danke sehr, dass ihr uns nominiert habt. Und wir hoffen auf ein baldes Wiedersehen. Bleibt gesund! Klopapier hier! Klopapier! Klopapier hier! Klopapier! Klopapier!